Halli, hallo, hallöde. Mal nix gestricktes, mal was gekauftes aus Stoff. Richtig bequem, das ist jetzt Größe L. Richtig dolle, bequem und hier ist bunt, das ist der Hit. Das geht also wirklich sämtliche Stationen mit euch mit, wo ihr, ob ihr nun euch bücken müsst oder nicht, ist vollkommen egal. Ja, was soll ich sagen? Also den Stoff kann man nicht beschreiben, den müsst ihr euch da selbst kaufen. Unter dem Video ist dann der Link für euch, wer Interesse dran hat, liebe Damen. Ja, das hier ist Größe L. Gibt es aber bis XM. Und vor allen Dingen, das bunt ist weit. Ihr seht, das passt bei mir, für mich auch noch jede Menge rein. Aber dicker werden möchte ich eigentlich nicht. Auf jeden Fall auch in allen Farben. Halara heißt der Shop. H-A-L-A-R-A geschrieben. Und ganz ehrlich, für den Sommer, das ist so fluffiger, dünner Stoff. Wir haben hier schon über 30 Grad und einfach nur geil, ne? Wenn du dich damit so hinsetzen kannst, dich bewegen kannst, wie du möchtest. Man sieht nix, ne? Die Hose, der Rock viel mehr, der fällt so gerissen. Also so, da kannst du nix sehen, weil hier schon wieder das Gegenstück anfängt. Also von daher, ja, einfach nur klasse, ne? Ich finde es einfach nur top, auch hier hinten so. Da kannst du nicht meckern, nix zu sagen. Also, das kostet keine 100 Euro, ne? Normalerweise kosten solche Bekleidungsstücke über 100 Euro. Aber, ähm... Ne. Dieses hier habe ich jetzt für 33 Euro gekauft. Und ich mache hier nur Werbung, aber ich habe es selber gekauft, ne? Also ich habe hier keine bezahlte Werbung oder so von Halara bezahlt oder so. Ne, ne. Ich mache das, weil ich davon überzeugt bin und weil das echt ein super toller Stoff ist. Also, ähm... Dass ich in L reinpasse, ist eh ein Wunder. Und ihr seht ja, das Bündchen ist total hoch, ne? Kann ich echt nur weiterempfehlen. Ähm... Die... Ja, ich versuche es euch zu verlinken unter dem Video. Ansonsten, wie gesagt, H-A-L-A-R-A im Internet eingeben. Da findet ihr die Seite von denen. Und dann viel Spaß beim Shoppen. Tschüss!